Hallo und Moin, mein Name ist Jonas. Ich bin der aktuelle Inhaber der Gaststätte Remise. Einige von euch werden mich sicherlich noch kennen. Ich war unter Marco und Monikas Leitung damals schon hier angestellt und habe den Laden vergangenes Jahr übernommen. Und jetzt zeige ich euch meinen Lernen. Alle Spiele der Fußball-Bündesliga inklusive Freitagsspiele vom Eurosportplayer übertragen wir natürlich auf der Großbild-Leinwand. Wir freuen uns euch als neue Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Um das Ganze noch etwas interessanter zu gestalten, würde ich mich natürlich freuen, dass ihr diesen Beitrag liked. Unter allen Teilnehmern verlosen wir zwei Gutscheine a 25 Euro. Ich würde mich freuen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020